Begnadung des Sannyasis in Benares Chaitanya Bhagavata Madhyakanta 20 Noch bevor Chaitanya ein Bettelmönig geworden war, hatte er in Navadvip Zürnens des Philosophen Prakashananda in Benares gedacht, in Klammer Kashi. Und während er sprach, wurde er erfüllt von dem Bewusstsein, dass er Gott, der Herr, sei. Und mit den Zähnen knirschend, sagte er zu Murari. Da sitzt der Sannyasi Prakashananda in Kashi. Und mit allem Eifer zerstückelt mich dieses Bürschchen. Er trägt Vedanta vor und leugnet die Ewigkeit meiner Gestalt. Er wurde von Aussatz befallen und doch lernt er nichts. Unendlich viele Universen haben ihren letzten Grund in meiner Gestalt. In Klammer aus sein Erkenntnis Glück. Und dieses Bürschchen hat den Mut und sagt, das alles ist unwahr. Wer abstreitet, dass ich Gestalt bin, der geht zugrunde. Dieses verwegene Bürschchen wagt, meine Gestalt unwahr zu nennen. Der Brahma, Shiva und Ananta dienen. Welche alle Devas mit ihrem Lebensatem verehren. Deren Berührung allein Heiligkeit und Lauterkeit gibt. Ich sage es dir, o Murari. Diese meine hier offenbarte Gestalt ist ewiglich wahr. Und dies alles nennt dieses Bürschchen unwahr und zerstückelt mich. Wer vom Ruhmpreis dieser wahren Gestalt nur hört, dessen anfangslose Unwissenheit ist vernichtet. Und dieses sündvolle Lehrer der Shastras nennt alle meine Entfaltungen unwahr. Shiva, der Mächtigste, ist versunken in den Raser des Hörens dieses Ruhms. Ananta besingt ihn ununterbrochen. Shukadeva, Narada und andere sind trunken beim Hören davon. Die vier Veden verkünden die Größe dieses Ruhms. O Murari, wenn jemand den Ruhm meiner Gestalt, meines Reichs, meiner Diener, meiner Lila ableugnet, der wird niemals mein Avatar werden erkennen können. Und zu Murari sprechend lehrt er alle. Ewiglich wahr ist meine Gestalt, mein Bhaktar, meine Lila, mein Reich. Als Chaitanya mehr als sechs Jahre später in Benares auf dem Weg nach Vrindavan vom hohen Prakashanandas erfuhr, ließ er ihn links liegen und ging weiter. Auf der Rückkehr abermals im Benares merkte er, wie sehr seine Bhaktas unter der Lästerung litten und deswegen beschloss er, die Lästerer zu erlösen. Er nahm die Einladung in ein Haus an, wo auch die Sannyasis eingeladen waren. Er verbeugte sich vor der Versammlung und wusch seine Füße und setzte sich daraufhin an derselben Stelle nieder, wo er sich gewaschen hatte. Und dann ließ Prabhu ein wenig von seiner göttlichen Majestät sichtbar werden, wie das Leuchten von Millionen Sonnen. Sein Machtglanz zog den Geist der Sannyasis an. Alle erhoben sich von ihren Sitzen. Der Leiter der Sannyasis, Prakashananda genannt, sprach dann voll Achtung zu Prabhu. Komm her, komm her, schrie Pada, warum sitzt ihr an einem unreinen Ort? Prabhu sagt, ich gehöre zu einem niedrigen Orden. Ich verdiene es nicht, meinen Platz in eurer Versammlung einzunehmen. Da nahm ihn Schrie Prakashananda selbst bei der Hand, ließ ihn inmitten der Versammlung niedersetzen, wobei er ihm Ehrfurcht erwies und fragte ihn, Ist dein Name nicht Shri Krishna Chaitanya? Und hast du nicht das Glück, der Schüler Keshavabaratis zu sein? Wie kommt es, dass du, obwohl du ein Mönch eines anerkannten Ordens bist, in dieser Stadt weilst, ohne Gemeinschaft mit uns zu pflegen? Und obwohl du ein Sannyasi bist, tanzest du, singst und tust Sankirtan, zusammen mit sentimentalen Leuten. Das Studium des Vedanta und tiefes Nachdenken ist das Wesensgesetz, Dharma der Sannyasis. Warum wirfst du das weg und benimmst dich wie sentimentales Volk? In deinem Machtglanz gleichst du Narayana selbst. Warum zeigst du ein solch unwürdiges Benehmen? Prabhu sagt, Vernehmt, schrieb Hada, die Ursache dafür. Da mein Guru sah, dass ich ein Dummkopf bin, unterwies er mich folgendermaßen, Da du ein Dummkopf bist, hast du nicht die Fähigkeit zum Studieren des Vedanta und deshalb sollst du den Mantra Krishnas murmeln, der die Essenz aller Mantras ist. Durch diesen Mantra wird man frei von der Wandelwelt, durch den Krishna-Namen erlangt man Krishnas Füße. Wahrlich, außer dem Namen Gottes, außer dem Namen Gottes, außer dem Namen Gottes, gibt es keinen Weg, keinen Weg, keinen Weg im Kali-Yoga. Im Vollzug dieses Auftrags sang ich ununterbrochen den heiligen Namen und dadurch verlor ich meine Fassung und wurde mein Geist verwirrt. Ich lachte, weinte, tanzte und sang unter dem Einfluss von Schnaps. Dann zwang ich meinen Geist wieder zur Fassung und überlegte, dass meine Vernunft durch den Namen Shri Krishnas umwölkt worden war und dass ich ein Narr geworden war und mein Gleichgewicht verloren hatte. Und so denkend erbat ich Hilfe bei den Füßen des Guru. O Goswami, was für einen Mantra hast du mir gegeben und was für eine Kraft ist darin, dass ich zu einem Narren werde, wenn ich ihn sage, dass er mich lachen macht und weinen und singen. Als er dies hörte, lächelte der Guru und sagte, Das ist die Macht des großen Mantra, des Namens von Shri Krishna, dass derjenige, der ihnen sagt, Liebe zu Krishna erlangt. Eine Liebe, in Klammer Prema, die das höchste Menschenziel bedeutet. In Verhältnis zu dem die anderen vier Menschenziele, einschließlich Erlösung, Mukti, unbedeutend wie Gras, werden. Das fünfte Lebensziel, der Nektar-Ozean des Prima-Glücks, ist so, dass das Glück des Einseins mit dem Brahman nur wie ein Tropfen davon ist. Alle Shastras verkünden, dass die Frucht des Krishna-Namens Prima ist. Und es ist dein gutes Glück, dass dieser Prima in dir aufgegangen ist. Es ist die Natur, dieses Prima, den Geist und den Leib zu erregen und ein Begehren zu erwecken, die Füße Krishnas zu erlangen. Es liegt auch im Wesen dieses Prima, dass der Bagta lacht, weint, singt, trunken tanzt und ganz außer sich ist. Seine Stimme stockt und Schweiß, zittern, Haare sträuben, Tränen und Farbwechsel werden sichtbar und mannigfaltige Wogen des Prima wie Verwirrung, Niedergeschlagenheit, Gelassenheit, Stolz, ekstatische Freude und sich geringschätzen, den Geist des gottgeweihten Tanzen machen und ihn in den Nektar-Ozean Shri Krishnas hineinschwemmen. Es ist ausgezeichnet, dass du das höchste Lebensziel erlangt hast. Dein Prima macht mich glücklich. Tanze, singe, tue Sankirtan gemeinsam mit dem Bhaktas. Unterweise jeden in den Krishna-Namen und rette ihn. Als sie die lieblichen Worte Brabus hörten, wurden die Herzen der Sannyasis gewandelt und sie antworteten liebevoll. Was immer du gesagt hast, ist vollkommen wahr. Derjenige, der Prima zu Krishna erlangt, der ist gesegnet. Jedweder ist erfreut über deine Krishna-Bhakti. Aber warum willst du nicht der Erklärung des Vedanta-Lauschen? Was für ein Unrecht liegt darin? Brabus sagt, die Vedanta-Sutras sind das Wort Gottes. Narayana selbst hat sie in Gestalt Vyasas ausgesprochen. Sie sind frei von Irrtum. Aber wenn man ihre erkünstelten Erklärung in dem Kommentar des Acharya Shankara-Acharya lauscht, so kann das alle Bhakti vernichten. In einer langen Auseinandersetzung zerpflückte Chaitanya nun die Illusionslehre Shankara-Acharyas als dem Sinn der Shastras widerstreitend. Und er überzeugt seine Zuhörer. Ein jünger, Brakash-Anandas, ebenso bedeutend wie dieser, rühmt Brabu in der Versammlung der Sannyasis. Shri Krishna Chaitanya ist Narayana selbst und hat den Sutras des Vyasa einen wundervollen Sinn gegeben. Er hat den grundlegenden Sinn der Upanishaden erklärt, sodass den Gelehrten Geist und Ohr schwindelte. Der Acharya, in Klammer Shankara-Acharya, hat den Grundsinn der Upanishaden beiseite gelassen und eine zusammengereimte Deutung gegeben. Die Gelehrten, die diesen zusammengereimten Sinn des Acharya hören, sagen zwar mit dem Munde, ja, ja, aber im Herzen erkennen sie ihn nicht an. Ich halte die Worte Shri Krishna Chaitanyas für gesicherte Wahrheit. Im Kali-Yoga kann man durch Sannyas die Wandelwelt nicht überwinden. Die Erklärung der Strophe außer dem Namen Gottes gibt es keinen Weg im Kali-Yoga, die er gegeben hat, ist in jeder Weise autoritativ wahr und höchst erfreulich. Das Bhagavatam sagt, ohne Bhakti keine Mukti. Das Wort Brahman in den Sutras bedeutet Bhagavan, der die Fülle sechsfältiger Gottesmajestät ist. Erklärt man das Wort Brahman als eigenschaftslos, so leidet darunter die göttliche Fülle. Shrutis und Puranas sprechen von Krishnas Chit-Shakti-Entfaltung, doch der Pandit Shankaracharya macht das lächerlich. Er hält die Erkenntnis Glücksgestalt Chit-Ananda-Vigraha Krishnas für Maya-haft, was eine große Sünde ist. Was Chitanya sagt, ist die Wahrheit. Wenn man die Erörterung des höchsten Sinns weglässt und nur Theorien aufstellt, wo bleibt dann Mukti und wo bleibt die Gnade? Der Acharya hat den Sinn der Sutras des Vyasa verdeckt. Das ist, was Chitanya sagt und es ist wahr. Die Meinung Chitanya Goswamis stellt die Essenz dar und alle anderen Meinungen sind unsinnig. Nachdem er das gesagt hatte, tat er Sankiltan und Prakaas einander sagte. Der Acharya in Klamas Shankaracharya hat die Absicht, die Advaita Philosophie zu beweisen. Fußnote 552 Advaita Vada die Lehre von der Zweitlosigkeit, dass es außer dem gestaltlosen, eigenschaftslosen Brahman nicht gibt, dass die Wesen der Welt von niederen Hüllen und Bhagawan von höheren Hüllen aus Majastoff umgeben seien und Welt und persönlicher Gott letztendlich Illusion seien. Deswegen hat er die Erklärung des Sinns der Sutras auf eine andere Art und Weise als Vyasa gegeben. Wenn man das von der Maya unverhüllte Wesen Bhagavans anerkennt, so lässt sich die Advaita Lehre nicht beweisen. Deswegen hat er alle Shastras zerstückelt. Der Urheber wollte seine eigene Meinung beweisen. Aber darin kann man den natürlichen Sinn der Shastras nicht erkennen. Vyasa hat die Meinungen der sechs philosophischen Systeme erörtert und mit Hilfe aller Shastras hat er den Vedanta geschrieben. Nach der Auffassung des Vedanta wird das Brahman als gestalthaft definiert und es wird zwar dargelegt, dass es frei von den Gunas der Maya Nirguna ist, dass es aber überweltliche Eigenschaften Guna besitzt, die über die Gunas der Maya hinausgehen. Ishvara ist die letztliche Ursache von allem. Und diejenigen, die sich darum nicht kümmern, suchen ihre eigene Meinung zu beweisen und die Meinung anderer zu widerlegen. Auf diese Weise kann man das Tattva aus den sechs philosophischen Systemen nicht erkennen. Für wahr halte ich, was die ganz Großen sagen. Die Stimme Krishna Chaitanyas ist ein Strom von Nektar. Was er sagt, ist die Essenz des Tattva. Als der Brahmane aus dem Maharata Land in Klammer der Chaitanya eingeladen hatte, das hörte, ging er voller Freude zu Prabhu, um es ihm zu sagen. Mahabrabhu hatte gerade im Panchanada gebadet und ging, um Bindu Madhava Hari, eine Bildgestalt Krishnas zu sehen. Auf dem Wege erzählte der Brahmane alles, was geschehen war, und Mahabrabhu lächelte ein wenig. Er versank in Brema, als er die harmonische Schönheit Madhavas sah, und fing an, im Hof des Tempels in Brema zu tanzen. Fußnote 553 Der Tempel ist später von dem muhammedanischen Kaiser Orang Zeb nebst vielen tausenden anderen Hindu Tempeln zerstört worden. Shekara, Parmananda, ein Barde, Tapana und Sanatana, diese vier taten Sankirtan des Namens. Um sie herum riefen tausende von Menschen Hari, Hari, und die Stimme erfüllte Himmel und Erde. Als er die Stimme hörte, kam Prakash Ananda mit seinen Jüngern aus Neugierde herbei. Als er Prabhus tanzt sah und die Lieblichkeit seiner Gestalt, rief auch er mit seinen Jüngern zusammen Hari, Hari. In einsamen Gespräch erklärt Krishna Chaitanya dann dem Prakash Ananda das Vyasa selbst einen ganz erschöpfenden großen Kommentar seiner Sutras ausgegeben habe. Das sei nach dem Zeugnis anderer Shastras das Bhagavatam, in dem jeder Vers der Veden und Upanishaden jeder Merkspruch der Sutras seine Entsprechung finde und erhält werde. Chaitanya sagt, also ist das Bhagavatam der Sinn der Sutras und Vyasa gibt darin die Erklärung seiner eigenen Sutras. Dieses Srimad Bhagavatam genannte Werk ist der Sinn der Brahma Sutras. Die Definition des Sins des Mahabharatam die Erklärung der Gayatri des heiligsten Mantra der Hindus. Es ist erfüllt vom Sinn aller Veden. Es ist das Beste der Puranas und von Bhagavan selbst ausgesprochen. Es besteht aus zwölf Teilen, hundert Kapiteln und 18.000 Strophen. Achso, nochmal, in Klammer Garuda Puranam. Es ist die Essenz aller Veden und Itihasas. Fußnote 554 Itihasas, Chroniken, die zu den heiligen Schriften der Hindus gehören, zum Beispiel Mahabharatam und Ramayanam. Das Bhagavatam ist die Essenz alles Vedanta. Wer Befriedigung in seinem Rasanektar findet, hat keine Liebe mehr zu irgendetwas anderem. Das Bhagavatam ist seinem Wesen nach Krishna Bhakti Rasa. Deshalb ist es viel, viel größer als alle Veden und Shastras. Chaitanya Zitiert Wir sind jedoch nie gesättigt vom Wandel des Weithinschreitenden zu hören. Wir, die wir Rasa Wisser sind. Von der Lila, die Süß, Süß ist in jedem, jedem Schritt, in jedem Vers, in jedem Wort. Also erörtere das Bhagavatam, denn aus ihm kannst du die Essenz der Sutras und Schruthis wieder erlangen. Tue ununterbrochen Sankirtan des Namens Krishnas, wodurch du Prima Reichtum und ganz nebenbei Mukti erhältst. Chaitanya zitiert Krishnas Worte aus der Bhagavad Gita. Wer vom Brahman erfüllt ist, gestillten Geistes, wer sich nicht sorgt und nichts begehrt, wer den einen in allen Wesen sieht, der erlangt höchste Bhakti zu mir. Gita 18.45 Sogar die Befreiten in Klammer Mukta nehmen aufgrund der Lila eine Gestalt an und verehren in Bhakti Bhagavan. Die vorstehenden Zeiten sind Worte Shankaracharyas in seinem Kommentar zu Rishimha Tapani Upanishad 2.5.16 Zitiert in Shridharas Kommentar zu Bhagavatam 10.87.20 Sogar diejenigen die frei sind von dem Knoten des Herzens die in der Freude des Atmer lieben und die großen Weisen sie hegen dienende erkennende Liebe Bhakti die nichts mehr für sich selbst begehrt zu dem weithin schreitenden in Klammer Gott Solche Art sind die in Klammer überweltlichen Eigenschaften Haris Bhagavatam 1.7.10 Auf Wunsch der Menschen erklärt Chaitanya diesen Vers in ein und sechzig facher Weise und geht dann fort Die Leute riefen Hari Alle Bewohner von Kaji in Klammer Benares taten Sankiltan des Namens und in Bremer lachten weinten sangen und tanzten sie Die Sannyasis und Pandits erörterten das Bhagavatam So errettete Prabhu Benares Prabhu ging mit den Seinen an seinen eigenen Aufenthaltsort Benares wurde ein zweites Navadvib in Klammer Nadia Prabhu sagte lachend zu seinen eigenen Leuten Ich bin also nach Kaji gekommen um mein magisches Zeug zu verkaufen In Kaji waren keine Abnehmer Das Zeug wurde nicht verkauft und es lässt sich auch nicht wieder mitnehmen Es hätte euch allen weh getan wenn ich die Last wieder hätte mittragen müssen Auf eurer aller Wunsch Auf euer aller Wunsch habe ich alles umsonst hergegeben Als Prabhu in der Nacht aufstand und fortging kamen fünf Bhaktas hinter ihm her Alle wollten mit Mahababu nach Nilajala gehen Aber Prabhu verabschiedete sie mit Mühe und sagte Wer will kann später kommen um mich zu sehen Ich gehe jetzt allein auf dem Weg nach Charikanda Zu Sanatana sagte er Du gehe nach Vrindaven Deine beiden Brüder sind dort hingegangen Du musst meine armen Bhaktas behüten die mit zerrissenen Kleidern nach Vrindaven kommen werden Prabhu umarmte sie alle und ging fort und sie fielen ohnmächtig zu Boden ein und das war ein und das war das ist